Brams ist ein Ein Komponist, der in meinem musikalischen Leben eine besondere Rolle spielt. Was ich an ihm besonders faszinierend finde, ist diese Kombination von gleichzeitig Feuer und unglaublicher Leidenschaft, aber das alles unter einer geradezu beethovenischen Strenge. Mit Nikolas war das von Anfang an das Gefühl, dass da eine gute musikalische Verbindung entsteht. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir gut miteinander proben können. Jeder bringt sich ein in den Probenprozess und kommt am Ende bereichert wieder heraus. Und ich denke, das ist das, wonach man letzten Endes sucht in einer musikalischen Partnerschaft. Gabriel ist ein Cellist, der, ich finde, einen wahnsinnig interessanten Cello-Klang hat. Was sehr Sinnliches, sehr Rundes. Es hat mich sehr gefordert, die Tiefen seines Celloklangs, die Weite und die Tiefe zu versuchen, eine Art Komplementärfarbe dafür zu finden. Über diese Debüt-CD freue ich mich sehr. Mit einem Programm, was mir sehr am Herzen liegt, wo auch durch diese Bearbeitung von Nikolas und mir noch mal ein Stück was Persönliches auch dabei ist. Wir hatten uns als Ziel gesetzt, Lieder zu finden, die in dieser Kombination Cello und Klavier quasi als eigenständige Stücke funktionieren können. Als kleine Miniaturen, eher als dass man das Gefühl hat, dass da ein Lied für das Streichinstrument bearbeitet wurde, wollten wir wirklich schaffen, dass die Lieder so gut funktionieren, dass man sie als eigenständige Stücke sozusagen empfindet. Musik 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 Musik